Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Ich darf Ihnen mitteilen, die Koalition der Mitte steht. Wir haben uns abschließend auf einen Text im Koalitionsvertrag verständigt. Wir freuen uns auf die Arbeit und wir wollen Deutschland in eine gute Zukunft bringen und haben die Grundlagen für ein gutes Jahrzehnt mit dem Koalitionsvertrag gelegt. Wir haben den Start in das nächste Jahrzehnt dieses Jahrtausends vorbereitet. Wir werden gemeinsam nach intensiven Beratungen mit einem Programm für eine Legislaturperiode den Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, mit uns gemeinsam die Krise zu überwinden und Wohlstand für möglichst viele Menschen in Deutschland wieder möglich zu machen. Wir sind auf einem guten Weg gewesen während der gesamten Verhandlungen, haben in einigen Punkten intensiv miteinander diskutiert und freuen uns darauf, wenn wir jetzt anfangen können zu arbeiten. Das war echt ein Stück harte Arbeit, hat an vielen Stellen aber auch Freude gemacht, macht jetzt eigentlich schon Lust auf mehr und ich glaube, wir können gemeinsam Deutschland eine gute Regierung bieten. Das hat am Ende so lange gedauert. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wer ist denn nun die Steuern lassen, meine Herren.